Ja, ich bin hier gerade beim Aufbau bzw. Abbau von einer hybriden Veranstaltung und dachte, ich zeige euch in diesem Zusammenhang einfach mal mein Lieblings-Setup für kleine Locations und kleine Räume. Hinter mir ist an der Wand noch die Zoom-Konferenz projiziert, wo die Online-Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja dann auch zu sehen sind. Und ansonsten bin ich jetzt hier in einem Raum, der für gut 30 Leute auch gemacht ist, die hier bequem an den Tischen Platz finden. Ja, von der Technik her benutze ich gerne das Rode Wireless Go 2 System. Das ist ein kleines Teil, das wird per USB an den Computer angeschlossen. Dann gibt es hier zwei solche Mikrofone, die sich per Funk damit verbinden und ich habe hier einen Teil in dieser Mikrofonhalterung mit drin, die wirklich einen sehr, sehr guten Ton auch zur Verfügung stellen. Als Kamera nutze ich gerne die Insta 360 Link Kamera, eine kleine USB-Kamera, wirklich sehr, sehr klein mit einer sehr guten Qualität und einem Auto-Tracking. Das heißt, ich kann mich hier auch im Raum bewegen und die Kamera folgt mir dann. Sie fokussiert auf mich, sie stellt mich klar und wie gesagt, hier in diesem Raum für 30 Leute kann ich dann sehr bequem rumlaufen und dann mit den anderen Mikrofonen hier zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort gehen und diese in diese Veranstaltung mit einbinden. Finde ich ein sehr, sehr gelungenes Setup, weil wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr klein, passt in einen Rucksack rein, transportabel, alles per USB anschließend. Ich brauche kein extra Mischpult, ich brauche kein ATEM Mini für die Kameras und für kleinere Hybrid-Settings mehr als ausreichend. In dem Sinne, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was für Technik ihr gerne nutzt, womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht kennt ihr ja auch die Geräte, die ich jetzt gerade vorgestellt habe. Lasst uns hier mal ein bisschen Nerd-Talken ansonsten. Bis bald und alles Gute. Tschüss.